Was soll dir dieses Video hier bringen? Mein Ziel ist mehr Durchblick, eine kompetentere Meinung, fundiertere Entscheidungen und mehr Erfolg und das Ganze hier im Gold und Silber. So und ich würde sagen, wir starten hier mit dem Silber in die letzte Handelswoche. Was hat da der Silber gemacht? Eine starke Woche hier, Schlusskurs 30,7 plus 10% in der letzten Handelswoche. Eine unglaubliche starke Woche, wieder mal, seit längerer Zeit und wir haben hier einen Widerstand bei der ca. 32 und eine Unterstützung, die hervorragend gehalten hat, bei der 26. Es bildet sich hier auch ein Kanal und da ist jetzt die Kanal-Obergrenze hier genau am Freitag präzise angelaufen worden. Kann man jetzt gespannt sein, wie es am Montag weitergeht, ob das hier wieder abheulen wird oder ob es weiter nach Norden geht. Da bin ich schon sehr gespannt. Letzte Handelswoche auf jeden Fall. Hier sehen wir die Tageschart. Eine Kerze ist ein Tag. Hier Donnerstag, Freitag, sehr starke Tage. Erneute Attacke der Marke 30. Starker Donnerstag, starker Freitag, gerade gesagt. So, das war jetzt hier schon zum fünften Mal jetzt, beziehungsweise zum fünften Mal in diesem Jahr. Year-to-date 2024 wird jetzt hier die 30 attackiert und die Frage ist, wird es nun gelingen, dauerhaft die 30 zu überwinden? Das ist, würde ich sagen, die Kardinalfrage und zwar, dass in einem September, der hier an sich deutlich bearish ist, beziehungsweise die letzten 15 Jahre im Durchschnitt sehr bearish, deutlich bearish hier war. So, wir kommen zum Gold. Die letzte Handelswoche. Gold feiert hier, Gold kann feiern. Hier ein neues All-Time-High. Letzte Handelswoche Schlusskurs 2.578 plus 3,1% gemacht in der letzten Handelswoche. Hat hier den Widerstand bei der 2.500 jetzt überwunden per Wochenschluss. Das ist ein deutliches Zeichen. Wir haben eine weitere Unterstützung bei der 2.400. Also das Gold ist hier auch perfekt unterstützt. In mehreren Linien. Und die letzte Handelswoche, wie gesagt, die 2.500 per Wochenschluss überwunden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein absolutes Zeichen. Hier auch, der Donnerstag war hier auch ein sehr, sehr starker Tag gewesen. Und haben wir hier, also man sieht, wenn jetzt hier so eine Seitwärtsbewegung ist, also so eine bullische Seitwärtskonsolidierung, ja, die hatten wir hier. Die hatten wir aber auch mehr oder weniger hier gesehen. Und wenn so was hier bewunden wird, ja, per Tagesschluss, dann gibt es hier, dann knallt das hier richtig hoch. Das passiert, ja, wenn ein Widerstand nach längerer Zeit wieder mal geknackt wird. Dann gibt es hier Short-Eindeckungen. Also die Short-Leute, die müssen dann hier zukaufen und den Markt verlassen. Und dann kommen natürlich auch wieder Leute, neue Käufer rein mit Long-Interesse. Und dann gibt es dann eben hier so einen Schub. Das sieht man hier relativ häufig. Hier hat man es gesehen, da hat man es gesehen. Gibt es, wie gesagt, relativ häufig. Gold saisonal gesehen ist leicht bearish. Es ist nicht so bearish wie das Silber. Also hier werden die Voraussetzungen grundsätzlich hier besser, ja, als im Silber. So, und erstmal jetzt eine kurze Begrüßung. Moin, würde ich sagen, hier zu einer erneuten Gold- und Silberanalyse. Was erwartet dich hier noch? Also wir werden hier noch ein bisschen Theorie machen. Und eine wichtige Frage bitte ich dich um deine Mitarbeit. Teile bitte dann deine Meinung mit der Community, was du denn davon hältst, warum denn hier jetzt der Goldpreis so stark ist und der Silberpreis da einfach nicht hier weiterkommt. Schauen wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns die Investoren hier an, die hier Jahre im Markt drin bleiben. Muss ich einen kurzen Disclaimer geben. Dieses Video dient nur zu Ausbildungszwecken, stellt keine Handels- oder Anlageempfehlungen dar. Und der Auto ist im Gold und im Silber investiert. So, wir sehen hier das rollierende Jahr vom 13.09.23 bis 24. Also ein Jahr genau hat das Gold gemacht, plus 35% das Silber, plus 33%. Also das Silber ist auf jeden Fall nicht viel schlechter als das Gold. Auf Jahressicht auf ein rollierendes Jahr gesehen. Die Gold-Silber-Ratio, die ist jetzt hier bei 84. Das ist ein relatives Verhältnis Gold zu Silber. Das heißt jetzt hier nicht absolut, dass hier jetzt das Silber hier oben bei der 84 absolut günstig ist. Es ist im Vergleich zum Gold günstig. Und Gold ist eben hier oben teuer. Und hier unten unter der 40 ist es genau andersrum. Silber teuer, Gold günstig. Über 80 Silber günstig, Gold teuer. So, zur Zeit ist das Silber relativ zum Gold gesehen günstig. Man zahlt also 84 Unzen Silber derzeit für eine Unze Gold. Gibt es hier eine Strategie, die sogenannte Gold-Silber-Schaukel. Das heißt hier oben Gold verkaufen, das Silber kaufen, wenn das Silber hier oben günstig ist. Und dann hier unten, wenn das Silber dann teuer ist, unter der 40 Silber verkaufen und wieder Gold kaufen. Eine von mir sogenannte Gold-Silber-Schaukel. Derzeit die Strategie würde lauten Silber kaufen, Gold verkaufen. Weil wir hier oben bei über der 84 sind. Ich muss allerdings dazu sagen, ich persönlich würde jetzt nicht ausschließlich auf Basis der Gold-Silber-Ratio eine Anlageentscheidung treffen. Das kann man mit dazu nehmen für irgendwelche Entscheidungen nochmal zur Unterstützung. Meines Erachtens, ja, das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber ausschließlich auf dieser Ratio zu handeln, das würde ich jetzt absolut nicht empfehlen können. Aber ich gebe hier keine Empfehlungen, ich mache hier nur Analysen, okay? So, jetzt Silber langfristig. Kampf um die 30, der gilt immer noch. Auch wenn wir jetzt hier 0,7 drüber sind. Die 30 ist einfach ein starker Widerstand. Und wenn wir mal gucken, wie der Monat hier so endet, wo der Monat schließen wird, über der 30, unter der 30. Hier war das 2011, 12 ein Gerangel. 2020, 21 hier auch ein Gerangel. Dann nochmal ein starker Abfall bis runter an die 17. Also da ist, würde ich sagen, man kann hier ein bisschen feiern, würde ich sagen. Aber verhalten, ich würde auf jeden Fall verhalten feiern. Und jetzt nicht schon hier den Champagner rausziehen aus der Tasche und sagen, okay, das zieht jetzt auf jeden Fall durch bis auf die 35. Das wäre nämlich das nächste Kursziel hier bei 35. Basierend auf diesen Impuls X 2020, der hatte die Höhe von 18. Muss man hier unten ansetzen an die 17. Und dann 18 plus 17, zack, gibt dann hier die 35 als nächstes Ziel. Das übernächste Ziel, das wäre hier die 50. Da haben wir hier auch dieselbe Range, nur eben über drei Jahre gesehen. Die setzt man dann hier an den Ausbruchspunkt, hier an die 30, wenn dann der Trend hier weitergeht, hier oben an. 30 plus 18 ist 48. Ich habe hier die 50 als runde Zahl genommen. Und es gibt noch ein ganz, ganz langes Kursziel. Hier aus dieser Tassen-Henkel-Formation X 1980, das Gebühr der Handhoch, das Spekulationshoch der Gebühr der Hand in Amerika. Die haben hier hochgehandelt bis 48,70, beziehungsweise der Silbermarkt wurde hochgehandelt bis 48,70. 2011 hatten wir die 48,47. Da sieht man mal, wie genau das hier funktioniert. Also das war die Tasse, hier rechts würde sich dann ein Henkel ausbilden, wenn wir hier an die 50 hochlaufen. Und wenn die 50 dann schließlich geknackt wird, dann kommt hier die 100 ins Spiel, weil das ist dann genau die Höhe der Tasse, die man hier oben auch wieder ansetzt. So, wir kommen zu einer Strategie. Also im Silber, da haben wir einen intakten, langfristigen Aufwärtstrend. Und zwar, überhalb der 17 ist hier überhaupt gar nichts in Gefahr. Da ist dieser Trend hier intakt. Hier unten ist das letzte relative Tief. Das heißt hier, Strategie in fallende Kurse, hier mit steigendem Venture Capital hier einsteigen. Das ist eigentlich eine rechtgängige Strategie, eine langfristige Strategie. Wer jetzt hier ganz langfristig handelt, der kann natürlich sagen, okay, ich steige jetzt hier auch bei der 30,70 ein. Ich meine, irgendwann muss ja das Silber auch mal steigen. Das werden wir jetzt hier gleich noch besprechen. Und wenn dann sowieso irgendwann mal die 100 kommt, dann ist das hier mehr als eine Verdreifachung. Also da ist es dann auch schon egal, ob ich hier jetzt bei der 30 einsteige oder hier bei der 27 oder hier bei der 25 oder so. Macht jetzt hier nicht den wahnsinnig großen Unterschied. Aber wie gesagt, hier auf jeden Fall, ich würde hier in fallende Kurse reinkaufen mit steigendem Venture Capital. So, hier Angebot und Nachfrage. Beim Silber ist die Nachfrage hier deutlich höher als das Angebot. Und eine Annahme, es gibt hier eine Annahme hier in den Märkten sozusagen, dass die Situation sich weiter verschärfen wird. Also, das ist eine Situation und jetzt nochmal ein bisschen Theorie. Und da würde ich dich jetzt auch um deine Meinung bitten, dass du deine Meinung mit der Community teilst. Wir haben hier eine Schwarmintelligenz. Die Community, die besitzt eine Schwarmintelligenz. Jeder hat hier meine Meinung. Jeder weiß irgendwas. Und dazu kann man wirklich schön beitragen. Dann können wir hier ein bisschen diskutieren. Und die anderen profitieren dann sicherlich auch davon, von deiner werten Meinung. So, Silbermarkt, der Preis, der ist jetzt hier. Die Nachfragemenge ist höher als die Angebotsmenge. Dann sieht das hier so aus. Und in normal funktionierenden Märkten müsste jetzt der Preis eigentlich steigen. Nämlich bis hier zu diesem Gleichgewichtspunkt. Da würde sich Nachfragemenge und Angebotsmenge angleichen. Das wäre dann hier der Punkt. Und dann hätten wir auch einen Gleichgewichtspreis. Der wäre dann hier oben. Also, Silber, das müsste im Grunde hier steigen. Tut es aber nicht. In der letzten Woche ist es gestiegen. Aber es müsste jetzt auch mal richtig Gas geben, dass es mal durchstartet gegen die 50. Also, wie ist denn hier deine Meinung? Und das Gleiche gibt es gleich auch nochmal beim Gold bei deiner Meinung hier. Jetzt sind wir bei den Goldinvestoren. Gold ist jetzt auf Höchstständen. Und sehen wir hier einen Kanal. Den habe ich jetzt nochmal ein bisschen neu nachgezogen. Ich habe hier noch hier unten einen historischen Punkt noch mit dazu genommen. Und jetzt ergibt sich hier ein neues Kursziel bei der 2,57. Das würde ja auch absolut Sinn machen. Das ist genau die Hälfte zwischen 2,5 und 3,000. Also, das würde ich jetzt hier als nächstes Kursziel hier ins Auge fassen. 2,57. Übernächstes Ziel wäre dann die 3,000. Ergibt sich hier aus einer Tassen-Henkel-Formation. Höhe der Tasse hier oben an den Ausbruchspunkt angesetzt. Ergibt dann hier oben ca. die 3,000. So, auch hier die Strategie. Genauso wie beim Silber. Wir haben hier einen intakten, langen Aufwärtstrend. Hoch, tief, höheres hoch. Tief, höheres tief und dann höheres hoch. Auch hier in fallende Kurse mit steigendem Venture-Capital einsteigen. Also, ich steige hier auf jeden Fall nicht ein hier oben. Wer ganz, ganz langfristig handelt, kann das natürlich machen. Das ist gar kein Thema. Über 20, 30 Jahre müssen wir hier, glaube ich, jetzt nicht groß diskutieren. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen Zeitraum von ein paar Jahren oder so, dann würde ich jetzt hier oben auf den Höchstständen nicht einsteigen. Das ist aber meine ganz persönliche Handelsstrategie. Kann jeder machen, wie er will. Ich würde hier in fallende Kurse mit steigenden Geldbeträgen einsteigen. So, wir haben jetzt hier Angebot und Nachfrage. Beim Gold sieht es genau anders aus als beim Silber. Da ist das Angebot höher als die Nachfrage. Der Angebotsüberhang, der schadet aber offenbar nicht dem Goldpreis. Und das ist auch wieder so ein Ding. Und auch hier bitte wieder deine Meinung teilen mit der Community. Also, da sieht es genau andersrum aus. Hier eine Angebotsmenge, die ist höher als die Nachfragemenge. Und das müsste eigentlich jetzt hier einen Preisdruck Richtung Süden erzeugen. Und was macht das Gold? Das Gold, das steigt und steigt und steigt. Also, auch hier wieder die Frage, hier nach der Schwarmintelligenz. Warum ist das so? Na, ich habe natürlich auch meine Theorie, aber ich würde mal gerne hier eure oder deine Theorien hier abfragen. Und dann werde ich das nächste Mal, werde ich das alles zusammentragen und dann hier berichten, wie denn hier die Community das Ganze hier sieht. So, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Schauen wir mal, wie die Elster nächste Woche hier das Material hier aufnehmen wird. Ich würde sagen, diese Woche war das Gold und Silber. Hätte ich jetzt beides mitgenommen, wenn ich jetzt hier diese kleine süße Elster wäre. Aber schauen wir mal, wie es nächste Woche sein wird, okay? Dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass mir bitte ein Abo da und like das Video. Ansonsten würde ich sagen, dann hier bis zur nächsten Analyse am nächsten Samstag. Tschüss, ciao, servus und goodbye hier aus Hamburg.